Tamburello klingt für mich wie ein Tanz- oder ein Musikinstrument. Doch tatsächlich ist das hier ein Tamburello. Und damit soll nicht etwa Musik, sondern Sport gemacht werden? Hm. Obwohl mir das bislang völlig unbekannt ist, soll es tatsächlich eine Sportart sein, die bereits uralt ist und ähnlich wie Tennis oder Badminton gespielt wird. Das spiele ich zwar beides gerne, aber über Tamburello weiß ich dadurch trotzdem nicht mehr. Das soll sich heute aber ändern. Ich mache mich auf den Weg, um Trainerin Patricia zu treffen. Die ist sogar Nationalspielerin im Tamburello und will mich zum Mannschaftstraining mitnehmen. Was mich da wohl erwarten wird? Zugegeben, ein bisschen aufgeregt bin ich vor dem Ganzen schon. Am Ende soll ich sogar bei einem richtigen Spiel mitmachen. Na, ob die Erwartungen nicht doch etwas zu hoch sind? Um mich selbst zu überzeugen, lasse ich mich dennoch gespannt und gleichzeitig unsicher auf den Versuch ein. Und die erste Überraschung wartet schon beim Kennenlernen. Patricia ist tatsächlich fast genauso alt wie ich und auch dazu selbst Studentin. Umso schneller finden wir dadurch ins Gespräch. Auf der Bahnfahrt zur Halle erklärt sie mir schon mal die Regeln des Sports. Beim Tamburello stehen sich zwei Teams von jeweils drei SpielerInnen gegenüber. Gespielt wird mit einem Tamburin-ähnlichen Schläger und einem drucklosen Tennisball. Wie beim Tennis darf der Ball höchstens einmal den Boden berühren, bevor er ins gegnerische Feld zurückgeschlagen werden muss. Allerdings ist das Spielfeld deutlich größer. Beim Indoor Tamburello geht es über die komplette Sporthalle und bei der originalen Variante sogar noch weiter. Übrigens, was das Ganze zusätzlich spannender macht, es gibt kein Netz. Die Bälle können also nicht nur besonders weit, sondern auch besonders kurz gespielt werden. Und das kann schnell für richtig viel Action sorgen. Meine Vorfreude steigt auf jeden Fall. Vor allem auf das Match. Endlich in der Sporthalle angekommen, heißt es aber erstmal umziehen. Erleichtert bin ich jedenfalls schon mal von der Gruppe. Auch die anderen Mädels, die heute beim Training mitmachen, sind in meinem Alter und auf Anhieb sympathisch. Von meiner Seite aus kann's losgehen. In der Halle erfahre ich von den anderen Mädels auch, dass sie selbst noch gar nicht mal so lange dabei sind. Wie sie den Sport für sich entdeckt haben und was ihnen daran so gefällt, werde ich sie nachher mal einzeln fragen. Jetzt geht es jedenfalls erstmal ans Aufwärmen. mit Laufen, Dehnen und Aufwärmspielen. Tamburello haben übrigens schon die alten Römer gespielt. Der Name kommt aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie kleine Trommel. Von Italien ausgehend hat sich der Sport in Europa und die ganze Welt verbreitet. In Deutschland wurden die ersten Tamburello-Vereine 1998 gegründet. Seit 10 Jahren gibt es auch den Deutschen Tamburello-Sportverband, dem auch Patrizias Mannschaft, die Leipzig Tigers angehört. Jetzt bin ich aber auch wirklich langsam bereit, mich endlich am Schläger auszuprobieren. Patrizia erklärt mir vorab noch, dass es drei Standardbewegungen gibt. Den Aufschlag, bei dem mit gestrecktem Arm und mächtig Schwung der Ball ins gegnerische Feld gefeuert wird. Die Annahme, bei der der Ball entweder direkt oder nach einmaligem Aufkommen wieder zurückgespielt wird. Und der Wechsel zur linken Hand. Statt mit der Rückhand zu spielen, wird der Schläger für mehr Ballkontrolle in die andere Hand rüber genommen. Mein erster Versuch. Fühlt sich ziemlich ungewohnt an. Einerseits ist es besonders leicht, ohne einen zusätzlichen Griff am Schläger den Ball zu treffen. Andererseits ist es schwierig, dass er letztendlich auch dahin fliegt, wo man eigentlich will. Ja, das war wohl nichts. Mit den ersten Ballwechseln im 1 gegen 1 wird es schnell immer besser. Schwierig ist aber auch, die Kraft richtig zu dosieren. Durch den stark bespannten Schläger fliegt der Ball auch gerne mal viel weiter, als man es eigentlich gerne hätte. Und was mir außerdem noch richtig zu schaffen macht, der Wechsel zur linken Hand. Ich komme jedenfalls langsam richtig in Fahrt. Und schaffe es sogar Trainerin Patricia mal den Ball abzuluxen. In der Zwischenzeit habe ich auch mal die Gelegenheit, die Spielerinnen ein bisschen zu interviewen. Und herauszufinden, was sie zum Tamburello gebracht hat. Ich bin Friederike. Ich spiele jetzt seit Oktober Tamburello und kenne Patricia durch die Uni. Und dachte mir, ich mache mal bei dem Teamsport mit. Ja, also ich bin Johanna. Ich spiele schon seit einem Jahr bei Tamburello mit. Und habe Patricia über das Studium kennengelernt. Ich heiße Patricia. Ich spiele seit zehn Jahren Tamburello und habe in Dresden angefangen damit. Der Sport an sich ist sehr schön schnell. Das Tolle sind die Angriffsschläge. Man kann sehr flach spielen. Das ist zum Beispiel auch ein Vorteil im Gegensatz zu Tennis. Es macht Spaß einfach, dass es auch eine Ballsportart ist, wo man sich bewegt. Ich bin schon länger in der Nationalmannschaft. Seit sechs Jahren jetzt. Dieses Jahr oder letztes Jahr ist noch meine Schwester dazugekommen. Genau, uns gibt es jetzt seit einem Jahr. Also seit März 2019. Da habe ich die Abteilung gegründet beim Postsportverein. Ja, also ich bin einfach ohne Erwartungen rangegangen und habe es einfach ausprobiert. Und es hat total Spaß gemacht. Und ich denke, Spaß ist einfach das Wichtige daran. Nach den 1 gegen 1 Spielen ist es nun soweit. Das richtige Match steht an. Hier bin ich noch ziemlich aufgeregt. Ob ich den Ball überhaupt bis ins andere Feld bekomme? Und ob wir bei der heutigen Variante mit nur zwei SpielerInnen pro Mannschaft es überhaupt schaffen, hinterher zu kommen oder uns abzusprechen? Zeit zum Nachdenken bleibt jedoch keine. Denn jetzt geht's los. Und siehe da. Es läuft gar nicht mal so schlecht. Bereits die ersten Ballwechsel gelingen und man kommt gut in den Spielfluss rein. Es dauert immer länger, bis die eine Mannschaft der anderen die Punkte abgewinnen kann. Übrigens, die Punkteverteilung ist ähnlich wie beim Tennis. Ein gewonnener Ball bringt dem Team 15 Punkte. Erreicht die Mannschaft 60 Punkte erhält sie dafür einen Satz. Und bei 13 Sätzen hat dann die eine oder andere Seite gewonnen. Mir macht es auf jeden Fall so richtig Spaß. Vor allem fühle ich mich auch sehr gut aufgenommen und merke, dass hier nicht etwa gegenseitige Konkurrenz, sondern Rücksicht auf das Team und Fairness zählen. Am Ende des Spiels steht es sogar unentschieden und beide Teams sind sichtlich zufrieden. Ich fühle mich deutlich erleichtert. Der Versuch war ein voller Erfolg. Ein anfängerfreundlicher Einstieg, ein temporeiches, aufregendes Spiel und eine sehr gelassene Mannschaft. Hier kann kommen wer will und wird familiär aufgenommen. Zum Abschluss kommt noch das Abklatschen nach Taborello-Art. Gut gespielt alle zusammen. Für mich fühlt sich das Ganze wie eine Mischung aus Vorerfahrung und Neuerfahrung an. Ich fand es echt mega cool. Ich habe davor schon Tennis gespielt. Ich finde die Bewegung mega cool. Ich finde so ein Rückschleifball halt cool. Das ist echt schnell in der Halle. Und ja, gute Stimmung einfach irgendwie. Ich habe mich super schädig aufgenommen. Ja, dann kommen die da. Die Motivation mitzumachen ist auf jeden Fall geblieben und mit Trainerin Patricia bleibe ich auch weiterhin in Kontakt. Die würde sich über Zuwachs vor allem in der Herrenmannschaft nämlich auch sehr freuen. Für mich war das Tamborello-Training ein toller Abend und ein gelungener Versuch, eine bislang recht unbekannte, aber dafür sehr coole Sportart mal auszuprobieren. Bis dann! Bis dann, bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.